Hallo liebe Livestream-Freunde. Ja, ich habe heute einen Livestream geplant, der leider wegen Müdigkeit und Überanstrengung einfach ein bisschen in den Sand gesetzt wurde. Und ich möchte dazu sagen, dass ich momentan wahrscheinlich nicht mehr so viel Livestreamen kann. Eventuell halt kommen nur Videos, die dann, ja, so was ich jetzt Livestream einfach so sind und dafür wieder mehr Videos, also Let's Play es vor allem und andere Sachen. Ja, das Wichtigste ist einfach, dass ich einfach noch Hilfe brauche. Das ist extrem nervig, alles mögliche und Plugins müsste ich auch mal installieren. Das geht, hat einige Zeit. Und ihr wisst es, auf twitch.tv.dragobasler werdet ihr dann die Livestreams sehen. Und ja, ist ein bisschen kompliziert und nervig. Also immer wieder die Titel und Beschreibung einfügen und alles mögliche. Können die doch besser, oder? Hm, keine Ahnung, ich sollte es nicht hören. Auf jeden Fall bin ich total müde. Ich habe jetzt nur anderthalb Stunden geschlafen heute. Und ja, mag also nicht viel, ne? Also ich möchte das Video nicht zu lange machen. Ähm, ich danke euch fürs Zuschauen und ja, wenn ihr Fragen habt oder eben etwas wissen wollt, also irgendwas diskutieren wollt, dann dürft ihr es gerne unten in die Kommentare schreiben. Also, danke, schön fürs Schauen und Tschüss. Da kann ich gleich mal noch kurz das zufügen. Ähm, ich habe ja gesagt, ich kaufe ein Reittier und das ist der, ähm, Wolf. Nein, der, doch, der Wolf, oder? Hm, das ist schon der Schönste, hä? Alles andere sind ja die kleinen Tiere. Ja, ja, es ist der Wolf. Wolf. Ähm, hier werde ich warten, wenn ich da zu viel ausgeben. Und hier möchte ich gerne... Ja. Ne, hierhin ist schon gut, aber... Ja. So. Tja. Aber das werde ich noch nicht einsetzen. Ich denke mir noch einen Namen für die zwei aus. Jo. Tschüss. Tschüss.